Hello there! Die letzten Jahre unter Disney war für viele Star Wars Fans, gelinde gesagt, sehr, sehr turbulent. Einige Leute mochten die Sequels, andere, oder eher viele, hassen mindestens einen Teil davon. Rogue One und The Clone Wars werden von vielen geliebt und wenn ich an Solo denke, naja... I got a bad feeling about this. Ende letzten Jahres erschien The Mandalorian mit acht fantastischen Episoden weltweit auf Disney+. Mitte 2020 dann auch in Deutschland, als Disney Plus hier langsam rübergeschwappt ist. Und das ist bis heute auch die am meisten geschaute Serie überhaupt auf Disney Plus. Mit massiv großem Abstand. Und liebe Leute, ihr wisst es alle, ab dem 30. Oktober 2020, also quasi ein Jahr nach weltweitem internationalem Release, kommt Staffel 2 endlich auf Disney Plus. Und wir freuen uns alle darauf. Leute, es ist vom jetzigen Zeitpunkt angesehen weniger als eine Woche. Und das bedeutet für uns, Zeit zu schauen, was uns da eigentlich genau erwartet. Nun, und damit ist es auch das erste Video auf diesem brandneuen Kanal Star Wars Buddy hier. Ein glorreicher Einstieg. Ich freue mich drauf. Jetzt aber straight zu den Fakten. Insgesamt erwarten uns in dieser Staffel wieder insgesamt acht, hoffentlich fantastische Episoden. Wieder hinter der Kamera stehen für euch zum Beispiel Jon Favreau, als auch Dave Filoni, die unter anderem für die erste Staffel Mandalorian, als auch Dave Filoni für The Clone Wars und Star Wars Rebels verantwortlich sind. Also können wir schon davon ausgehen, dass die Qualität irgendwo mindestens auf einem Level bleibt. Und das ist in Anbetracht jüngerer Star Wars Geschichte, glaube ich, sehr, sehr freudig für alle. Neben den Namen dieser acht Episoden, welche übrigens auch schon geleakt worden sind, verraten uns die bisher erschienenen Trailer und vor allem die gecasteten Schauspieler für einige Figuren schon einiges über neue und alte Bekannte aus dem Star Wars Universum, auf die wir treffen werden. Und das nicht nur aus The Mandalorian, sondern auch serienübergreifend aus Star Wars The Clone Wars, aus Star Wars Rebels und eventuell auch aus der klassischen Trilogie. Und vorab keine Angst, hier in diesem Video gibt es keine Spoiler zu Staffel 2, sondern eher nur Vermutungen, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Staffel 2 definitiv noch nicht erschienen. Freutige Nachricht Nummer 1, Baby Yoda Goes Home. Und ich persönlich freue mich sehr auf mehr Baby Yoda Content, weil der Typ ist neben dem Mandalorian wahrscheinlich der Fanliebling schlechthin gewesen. Und Baby Yoda Goes Home ist wahrscheinlich auch das Motto der zweiten Staffel. Auf jeden Fall, wenn es nach Mando geht. Denn die zweite Staffel dreht sich hauptsächlich darum, dass unser Protagonist versucht, Baby Yoda zu seiner Art zurückzubringen. Und mit seiner Art meine ich nicht wirklich Yodas Spezies, über die ist nämlich im Star Wars Universum eigentlich relativ wenig bekannt. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil es immer so ein gewisses Mysterium irgendwo war. Sondern damit sind andere Jedi gemeint, welche zur Zeit nach Episode 6, ja, wo The Mandalorian spielt, sehr, sehr, sehr rar gesät sind in der Galaxis. Anlaufstelle Nummer 1 für unseren Mandalorianer für seine Mission könnten unter Umständen vielleicht Bo-Katan und Sabine Wren sein. Bei einigen mag es jetzt wahrscheinlich klingeln. Die habt ihr schon gesehen, unter anderem in Star Wars Rebels, aber sogar auch in der siebten Staffel von The Clone Wars. Diese beiden Mandalorianerinnen, übrigens gespielt von Katie Sackhoff, als auch von WWE-Wrestlerin Sascha Banks, haben ja bekanntermaßen Kontakt zu unserer allerlieblings Padawan und ehemaligen Schülerin von Anakin Skywalker, Ahsoka Tano. Diese soll übrigens laut Gerichten und auch fest im Cast von Rosario Dawson gespielt werden. Meiner Meinung nach übrigens eine echt passende Besetzung, wenn man nach dem Gesicht geht. Das Alter stimmt auch ungefähr in dieser Zeitspanne. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wirklich dargestellt wird, weil Ahsoka Tano, dass es nicht kacker aussieht, wie sie dargestellt wird, und das hoffen wir natürlich alle, das wird, glaube ich, echt eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, hey Filoni, ich habe da Vertrauen in dich. Mach was draus. Von Ahsoka an sich weiß man nicht, was sie nach Star Wars Rebels gemacht hat. Ich habe aber die leise Vermutung, das wird sich wahrscheinlich in der zweiten Staffel von The Mandalorian aufklären. Leute, ihr merkt, ich bin richtig gespannt darauf. Und ich sage euch, wenn ihr The Clone Wars oder Star Wars Rebels noch nicht geschaut habt, ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, macht das, bevor ihr Mandalorian Staffel 2 schaut. Nach dem, was geleakt wurde, ihr merkt das jetzt schon, ist es ein unglaublich geileres Filmerlebnis oder Serienerlebnis, das Ganze mit diesem Vorwissen aus Clone Wars und Rebels zu schauen. Ich habe die Dinger auch jahrelang vor mich hergeschoben, weil ich mir gedacht habe, Animation, Star Wars, brauche ich das als Serie? Ja, das braucht ihr, definitiv. Guckt es euch an, bitte. Im Kontext ebenso interessant ist Moff Gideons Darksaber, also dieses Dunkelschwert, womit er sich am Ende von Staffel 1 aus seinem abgestürzten Timefighter geschnitten hat. Wo sich jeder, der die Animationsserien geschaut hat, gefragt hat, wie zur Hölle kann das bitte sein, dass der das Ding hat? Eigentlich ein Artefakt aus mandalorianischer Kultur war in Sabine Rens Besitz, war in Bo-Katans Besitz, die bewiesenermaßen in Staffel 2 auftreten werden. Und da fragt man sich, wie kommt, wie kann er dieses Schwert, wie kann, warum? Und das schafft wiederum eine Connection von The Mandalorian, der vom Moff gejagt wird, der Baby-Yoda eine Connection zu den Jedi sucht, welche irgendwo in Relationen in Kontakt stehen mit Ahsoka, Bo-Katan und Sabine Rens, welche natürlich auch in Kontakt irgendwo mit dem Dunkelschwert stehen. Das wird eine super interessante Story, das sage ich euch jetzt schon. Ebenso gecastet für die zweite Staffel des Best-K-Tragenden Babysitters wurde übrigens auch wieder der Muriel Morrison, wie auch immer er ausgesprochen wird, besser bekannt als Jango Fett, als Captain Rex, als Boba Fett, also der Typ, der als Vorlage für die Klonsoldaten gedient hat. Und alle so, yay, wir sehen, ja, wen sehen wir denn da eigentlich? Hier gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, wen er spielt. Potenziell wäre dabei natürlich Captain Rex, welcher immer an der Seite von Ahsoka Tano war, prätestens nach Ende der Klonkriege. Es wäre die Möglichkeit, dass wir andere Klone sehen, oder aber viel, viel interessanter, Boba Fett kommt zurück. Denn der ist zwar in Episode 6 gestorben, im reinen Legends-Kanon, also das, was eigentlich geschichtlich momentan von Disney nicht mehr festgesetzt ist, wo sich Disney aber immer wieder bedient, hat Boba Fett in Episode 6 den Salak überlebt. Das heißt, dieser fette Sandwurm, der right out of Dune kommen könnte, ist ja reingefallen, wurde aber überlebt, ist im Legends sogar, hat er zweimal überlebt, aber ist ja Latte Macchiato. Auf jeden Fall könnte der wiederkommen. Und da gibt es im Trailer auch eine Stelle, die sehr, sehr stark darauf hinweist. Denn dort seht ihr, in einer Szene, wo Mando quasi auf einem Speeder-Bike in der Wüste Richtung Sonnenschein fährt, oder Sonnenuntergang, oder was auch immer, da sieht man rechts unten, an seinem Speeder, Boba Fetts Helm. Das heißt, entweder findet Mando diesen Helm durch einen unglaublich probischen Zufall, oder wir haben irgendwo Boba Fett da mit von der Rolle. Oder vielleicht beide, Captain Rex und Boba Fett. Oder, oder, oder. Ihr seht, die Möglichkeiten, die sind hier schier unendlich. Das macht sie gerade so interessant. Zudem bekommen wir natürlich wieder Cara Dune, gespielt von MMA-Legende Gina Carano zu sehen, als auch Reeve Cargar, wieder gespielt von Carl Weathers. Die treten genauso auf in Staffel 2 wie Panic Chance. Und das ist die junge Frau, oder ältere junge Frau, die eigentlich in Staffel 1 für uns alle vor unseren eigenen Augen erschossen wurde von diesem Möchtegern-Kopfgeldjäger. Lucha hat es anscheinend nicht gebracht, wurde aber gecastet für Staffel 2. Entweder also ein Rückblick in Mandos Vergangenheit, wo er mal mit ihr gearbeitet hat, oder aber sie ist durch diesen Blasterschuss doch nicht gestorben. Ein interessantes Wiedersehen dürfte es ebenso mit Mandos ersten Kopfgeld aus Staffel 1 geben. Das ist dieser wunderbare, blaue, aufgedunsene Herr, den wir in der Bar quasi kennenlernen durften und welche eigentlich gar nicht so eine große Rolle hielte. Auf jeden Fall hat es so geschehen. Den sehen wir nämlich in einer kleinen Trailer-Szene ganz kurz, neben Cara Dune und Greef Cargar. Hat dann aber auch auf sich, ihr seht schon, es sind unglaublich viele Trailer mit sehr viel Content gekommen. Es sind die Episoden-Namen geleakt und es gibt sehr, sehr viele Theorien, was wie wo passieren könnte und wer gecastet wird. Aber über die eigentliche Story, über die eigentliche Handlung ist halt kaum was bekannt. Und das machen die Trailer halt so unglaublich gut, weil die Spannung aufrechterhalten wird, ohne irgendetwas zu spoilern. Und jetzt grätsche ich einmal mit einer Frage von mir ein, die ich wirklich von jedem da draußen in den Kommentaren beantwortet haben möchte. Auf was freut ihr euch am meisten in Staffel 2 von The Mandalorian? Auf das Wiedersehen mit alten Bekannten wie Ahsoka Tano, Bo-Katan oder Sabine Wren? Oder möchtet ihr lieber einfach die Geschichte von Baby Yoda als auch von Mando weitersehen? Vielleicht auch auf Boba Fett, der seit der Original-Trilogie nicht mehr wirklich zu sehen war? Schreibt es mir nach unten in die Kommentare. Liebe Freunde, außerdem war das das erste Video überhaupt auf diesem Kanal. Herzlichen Glückwunsch und ein fettes Dankeschön an jeden Einzelnen, an dich da draußen, dass du das hier zu Ende geschaut hast. Ich hoffe, du bist genauso hyped wie ich auf Staffel Nummer 2. Und wenn du dir sagst, yo, ich möchte mehr Videos zu The Mandalorian, zu den Filmen, zu den Animationsserien und zu Star Wars im Generellen, dann solltest du mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da geben, mir das zeigen, dass du das magst und natürlich auch abonnieren. Hier gerne auch vorbeischauen, denn das ist der Weg.